Und gerade bekommt ihr das Zeichen von unserer Managerin. Sie zeigt uns eine FIA, das heißt, wir seid heute ein oder zu wenig auf der Bühne. Aber wir kompensieren das mit meiner Bewusstseinsspaltung. Übrigens, wir haben schon mal darauf hingewiesen, dass natürlich die Entwicklung hier unwahrscheinlich weitergeht. Wir haben es vorhin im Anfangsinterview gehört. Es wird bis nach Australien geliefert. Und wir haben auch schon das neue Produkt für den afrikanischen Markt erwähnt. Gleich in der Fakteneintöpfe in ganz Düssel. Und es gibt auch noch andere Produkte. Wir werden jetzt gleich eine Bodenschau hier erleben. Und das ist auch ein gutes Stichwort, denn es wird genauso intensiv. Wir haben in der Suppenmanufaktur bereits an einem Premium-Produkt gearbeitet. Dann präsentiert von Heidi Klum im Rahmen ihrer Fernseeshow Germany's Next Topmodel. Es handelt sich um einen Model-Eintopf. Das ist ein ganz leckeres, kundgewürztes Wasser in der Dose. Auch daran wird noch gearbeitet. Aber während ich mich jetzt hier festmatche, haben wir noch einen Song. Und dann räumen wir die Bühne und machen die sichtfrei auf die Bodenschau. Aber bevor es so weit ist, noch ein Song. Es ist ein Boogie-Boogie, der zu mitsingen... Aber den Klutzen. Aber das ist ein wenig zu sagen.